Die Linke enthält sich. So sah heute unsere Ausschusssitzung aus. In Corona-Zeiten kann man sich ja nach wie vor nicht so gut in Ausschussräumen physisch treffen. Deswegen haben wir als Digitalausschuss zum allerersten Mal für einen Ausschuss im Bundestag überhaupt ein rein digitales Meeting veranstaltet. Dafür hat die Bundestags-IT eigene Lizenzen für ein Videokonferenzsystem angeschafft. Wir sollten die Versuchskaninchen sein, wären wir auch gerne gewesen, aber der Versuch ist gescheitert. WebEx von Cisco haben wir nicht ins Laufen gekriegt und sind dann kurzfristig auf ein anderes System umgestiegen. Das ging dann erst ein bisschen schwierig, weil der Moderator dieses Gesprächs war in einem Mobilfunknetz, das nicht so belastbar war. Da haben wir uns alle kaum verstanden, aber nach dem Wechsel in ein WLAN lief auch das flüssig und wir konnten eigentlich ganz gut miteinander reden und uns sogar dabei sehen. Was könnt ihr noch so erzählen? Ich gucke mal, ob es noch was Interessantes oder Wichtiges gibt, was man mal so kursorisch hinwerfen kann. Am Anfang habe ich gar nicht erwähnt, dass der BMG-Typ immer rausgeflogen ist wegen der Firewall im Gesundheitsministerium. Das wäre noch lustig gewesen. Du bist beispielsweise MDR.